So, liebe Freunde der galaktischen Wärmeschutz-Nerv-Basten, ja, willkommen zurück bei No Man's Sky für den PC. Nee, für PS4, da du ja eine PS4 hast. Auf jeden Fall, mhm. Du meinst meine imaginäre PS4, die genauso real ist wie meine imaginäre Freundin. Ja. Beleidige nicht meine Freundin, wenn ich denn eine hätte. Beleidige nicht meine imaginäre Freundin, sonst... Sonst komm ich bei dir vorbei. Und dann... Glaub mir, dat willst du nicht erleben. Dann... Dann schieb ich dir Tamium dahin, wo es nicht hingehört. Also das hätte ich dann doch lieber mit Zink getan. Nee, ich mach's mit Tamium, weil dann kann ich's anzünden und dich sonst wo hinschießen. Ach so, mal schauen, wann du im Übrigen auf den Planeten hier irgendwo mal, ähm, mit Dings getauchte Kaninchen findest. Ach, jetzt komm ich wieder nicht rauf. Du, du, äh, Napalm getränkte meinst du? Ja, genau. Und das heißt getränkt, nicht getaucht. Und die brauch ich gar nicht finden, die hab ich natürlich mitgebracht. Ist ja wohl klar... Ach halt, das ist Platin. Und schon wieder 200 Units. Oh, ich hab hier ein bisschen Zink gefunden. Oh, nice. Ernsthaft, 6 Zink. Ach, das sind 45 Fahrnenschutzenergie. Und nicht. Warum muss ich immer erforschen wollen? Aus irgendeinem Grund will ich jetzt da drüben in die Höhle. Was gab, halte mich auf! Ich bin nicht am gleichen Planeten. Egal, tu es! Halte mich auf! Apropos, was ich jetzt mal schauen wollte. Ähm, nein, das war's nicht. Beweckung. Du hast die Verbindung zu den Online-Diensten verloren. Warum verliere ich die Verbindung eigentlich dazu jedes Mal? Weil die Stabilität an der Leitung für'n Arsch ist. Scheinbar. Oh, wo bin ich denn hier? Na, nicht du schon wieder! Nein! Halt! Blitzwerfer! Nein, nicht du schon wieder! Ah! Hilfe! Aua! Alter, der Planet ist Gold wert. Wenn ich jetzt noch ein Händler finde. Aua! Das wär mega klasse. Aua! Aua! Geronimo! Shit! Deaktiviert! Oh! 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 Nein! B-bitte nicht! Mega epische Flucht! Mit halbem Selbstmord! Was kannst du auch nur dueln? Ja, keine Ahnung! Hier ist irgendwie alles böse! Ich will mich alles umbringen! Warum? Normal! Das würde ich auch tun, wenn ich mit dir zusammen wäre! Boah! Das kriegst du auf der Gamescom so zurück! Ich sag's dir! Ey, das kriegst du so zurück, wenn wir uns auf der Gamescom sehen! Aua! Ah, mich hat ne Mucke gebissen! Verdammt! Hier auf dem Planeten ist mir alles feindlich gesinnt! Selbst hier in meinem Zimmer versucht mich alles umzubringen! Ich bin dir selber schuld, wenn du ne Phobie gegen Spinnen hast! Na, ich hab ja Spinnen im Raum! Aber hier fliegen trotzdem Fliegen rum! Na okay, ich glaub wenn ihr die ganzen Fliegen essen würden, wären sie ja auch fett wie sonst was! Hast du keine Angst abends ne Spinnen zu essen? So während du schläfst den Mund auf und Spinnen rein? Das ist mir ja relativ egal, sondern ich schlaf ist mir das Wumpe! Meine Arachnophobie triggert wirklich nur wenn ich wach bin! Sondern ich schlaf ist mir das alles vollkommen Wumpe! Alter, drin ist ja gut! Ja ne? Oh, schaff ich das? Schaff ich das? Nein! 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 Skill! Weckeskillt! Nicht vorhandene Skills! Nein, die sind vorhanden! Die hab ich gerade geskillt! Ja genau! Jetzt hier noch ein Skill auf! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Du musst doch sehen wo ich hinlaufe! Ich mein ich find's toll, dass ich ein Achievement bekommen habe, aber ich möchte auch auch... Also wenn hier jetzt auch so ein böses Killer Vieh drin ist, dann krieg ich die Motten! Okay, hier scheint es relativ safe zu sein! Ach, Motten hast du auch noch in deinem Zimmer! Ne! Oh, ich hab Aluminium gefunden! Bringt das was? Ich nehm's mit! Peng! Wenn ich schon kein Gold find, nehm ich wenigstens Aluminium mit! Ich bräuchte nur mal ne Station, wo ich das für egal könnte! Sorry, was? Ne Station, wo ich das ganze Gold verkaufen kann! Ne, nö! Das kriegt jeder! Oh, ne, oh! Schon wieder so ein scheiß Killer Vieh! Ge weg! Na, warum? Nö! 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 Wieso? Ich würd sagen, ich lauf jetzt mal zur Station und erkunde die dabei! Geronimo! Yay, den nächsten Mal in Stein! Ha! Hier kommst du nicht runter Arschloch! Warum eigentlich nicht? Ich wüsste gerne mal die Umrechnung! Ich hab jetzt 5000 Tiere zurückgelegt! Gronkh sagt das sind Schuhe! Was ich mir sogar relativ gut vorstellen kann! Also so gesehen, pfff, so ne Art Fuß-Umrechnung! Ich hatte doch grad noch irgendwo ein Fragezeichen, wo ist das hin? Ach da! Ist das in der Höhle oder oben drauf? Bei meinem Glück bestimmt oben drauf, dass ich schön außen rumlaufen muss! Du bist jetzt uneingelöste Gegenstände! Ja, aber ich will die nicht einlösen! Kapier's endlich Spiel! Wenn ich nicht will, will ich nicht! Ja, ich achte halt immer auf Tipps, weil ich hab ja noch keine 40 Stunden gespielt so wie du! Das krieg ich an der PS4 Ausstände hingegen geworfen! Jetzt aktivier doch die Scheiße mal! Du bist jetzt uneingelöste Gegenstände! Ist mir Wumpe! Frag mich morgen nochmal! Aber da wird's mir auch egal sein! Wow! Wow! Echt super! Die Station steht da oben, aber der Speicherpunktion! Das hat super funktioniert! Ich würde ja klatschen, wenn ich ne Hand frei hätte! Oh! Was zum Fick bist denn du? Hallo? Was kannst du? Interagieren! Tribut an IPAKESIDUL! Oh, ich hab nen Anzug Upgrade gefunden! Läuft bei dir! Ja, natürlich nehm ich das an! Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife! Okay! Bei euch dann fühlt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte der Gag! Okay! Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Gag großreich auf Knien unterwerfen! Wir sind die erst gebrühteten! Schau auf unsere Werke und verzweifle! Äh, um Hilfe meiner Sprache bitten! Bitte wat? Mein Wissen über die Gag wächst! Okay! Ah! Wie kann man nur so viel Glück haben, Alter! Da vorne ist was! Und was? Ne Station! Oh, bitte lass mich das Zeug da verkaufen! Bekönnen! Nein! Ah! Da ist noch ein Wissen stein! Wissen ist Macht! Habe ich bisher noch gar keinen gesehen! Wenn man diese komische Tafel grad mitrechnet, ist das mein dritter! Du hast das Gagwort für Andocken gelernt! Heißt das, ich kann jetzt bei Gag Andocken? Boah, war der schlecht! Ich kann ja nicht nur dir alle schlechten Witz überlassen! Oh, der war ja schon unter der untersten Schublade, Alter! Sei froh! Da musst du wenigstens nicht die Beine hochnehmen, weil der gräbt sich durch den Erdboden! So tief kommt der! Der flachste Witz, der flache Witze! Da reicht nicht mal der Erdboden! Alter, das Ding geht durch den Erdkern! Oh nein! Oh nein! Die Eilen sehen hier aber anders aus! Ich bin ich! Beschleunige das Feuer an Tau! Ja, das ist schön, ich will von den Viechern weg! Naum! Äh, hast du den verdammten Arsch offen? Ja, warum? Nicht du! Achso! Äh, 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 ja, äh, ja! Egal, jetzt hast du trotzdem eine Antwort! Äh, wie kann... Hier war das! Wegpunkte! Gedämpfter Entwurf! Waffenterminal! Was kann ich denn mit der Waffe tun? Zeig doch mal! Äh... Oh, oh! Was war das? Ich... Ich wills gar nicht wissen! Ich... Ich lauf einfach weiter! Ist mir egal! Ich lauf einfach weiter! Ist mir egal! Ja, halt die Schnute! Äh... Äh... Das ist eine faszinierende Perle! 12.000 ist die wert! Gerne! Läuft bei dir! Ah! Ich werde von... Ich wurde von einem Pilz zu Tode geleuchtet! 150.000! Das klingt nach dem Plan! Nein! Platin! Kann ich eigentlich auch verkaufen! Du besiehst uneingelöchte Gegenstände! Ist mir total egal! Tambium brauche ich noch! Nehme ich alle mit! Nehme ich alle mit! Äh... Das Fragezeichen war da auf dem Berg, ne? Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Willst du mich verarschen? Äh... Lässt du mich aus dieser Anzeige auch wieder raus? Ich meine, ich klicke hier Escape und nichts passiert! Okay, ich... Ich weiß nicht, ob das so berechtigt war! Also, ob das so gedacht war! Kann man auf der PS4 auch 90 Grad Wände hochklettern? Äh... So ziemlich, ja! Achso! Ja gut, dann ist das beabsichtigt! Ja, ich frag mich nur gerade, wie komme ich aus dem fucking Menü raus? Ich bin hier gerade drinnen, aber... Ich kann nicht raus! Mit Escape? Oder mit Tab? Versuch's mal! Oh! Funktioniert beides nicht! Temperatur stabilisiert sich! Ich seh nichts! Ah! Floraangriff! Oder ist das Fauna? Ich weiß nicht, ich bin kein Biologe! Angriff von irgendwas! Angriff von Pflanzenwelt! Ich weiß nicht was, ich hab zu viel Flutonium! Ich hab zu viel Flutonium! Alter, ich erwarte jetzt hier überall so ein Killer-Fiefer, was passiert zu nieten! Was ist jetzt, wenn ich hier raus tappe und... ...wieder reingehe? Was macht's dann das? Wie komme ich hier raus? Aus welchem Menü denn? Äh, ich habe hier was verkauft! Und bin in diesem Verkauf-Menü drin, also ich kann hier aussuchen, was ich verkaufen will, aber ich komme hier nicht raus! Ich war mit... ...Escape-Mare! Das ist komisch! Sag mir, hier war doch grad noch ein Fragezeichen! Wo ist das hin? Ach da! Na toll, jetzt hänge ich hier in die Menü fest oder was? Naja, irgendwie musste da ja wohl rauskommen! Ich weiß nicht, was du mir sagst! Versuch's mal mit Rechtsklick! Ah! Funktioniert? Ja! Der Held der Helden! Oh! Was ist das denn? Also ich weiß nicht, an der PS4 war das alles irgendwie einfacher. Inventar voll! Inventar voll! Ja, ist ja gut! Toll, was schmeiß ich bitte weg! Gar nichts, übertrag einfach alles ins Raumschiff! Ist viel einfacher! Oh, Geld! Was habe ich hier? Eine faszinierende Perle! Aha! Geregelt! Oh, da gibt's Platin! Aber jetzt mal ehrlich, die Typen sehen hier anders aus! Ach, muss ich drauf schießen? Okay! Ja, okay! Typ! Äh, dann... Kann ich die Aufgabe doch nicht machen! Uh! Kann ich mir die Waffe leisten? Warnung! Huch! Nein, nein! Das wollte ich nicht! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich war nicht hier! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich... Nein, 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 nein! Geht weg! Ich bin Bergsteiger! Alles okay! Ich bin Bergsteiger! Ach, wirklich? Das wusste ich gar nicht! Dann hast du dir Ausbildung gemacht! Gerade eben! Online-Kurs! Nein! Stirb! Hör auf nachzuladen! Huah! Mega-Battle! Und ein Aimer aus der Hölle! Ah, nein! Hör auf damit! Aua! So, eins von zwei! Wächterkampfeinheiten im Einsatz! Was? Nein! Nicht machen! Nicht Wächterkampfeinheiten schicken! Aua! Leute, das tut doch weh! Hört auf! Ich weiß nicht, soll ich die Waffe annehmen? Oder soll ich sie nicht annehmen? Ach, weißt du was? Ich nehm sie jetzt einfach mal an! Nehm sie an! Äh, wie komm ich hier raus? Okay! Also der Typ hat's jedenfalls kapiert! Seine Basis schwebt! Mhm! Der hat die physikalischen Gesetze auf jeden Fall kapiert! Und das sowieso! Gold! Wo ist Gold? Wo ist Gold? Äh, voll Gold haben wollen! Boah, mein Englisch ist so scheiße! Hehehe! Hehehe! Spielst du auf Englisch oder wat? Nein, ich spiel auf Deutsch! Mein Englisch! Was? Mein Englisch! Ich weiß es! Mein Englisch! Nicht deins! Meins! Ja, aber das wussten wir doch schon! Ja, ich weiß! Yay! Ich bin ab jetzt ein Schläger, weil ich fünf Wächter umgenietet hab! Wie ließest du so viele Wächter um? Ich hab bisher noch keinen einzigen umgenieten müssen! Ich weiß nicht! Hier waren so Kanister, da ist Platin drin! Sagt mir, ich soll drauf schießen! Schieß ich drauf! Explodiert das Ding, kommen auf einmal ein paar Wächter hier angewutschelt! Ach das? Äh... Ja! Das ist sehr schnell übrig! Sag mir das doch vorher! Das hätte ich gefragt! Du hättest das riechen müssen! Auf jeden Fall! So, jetzt lade ich die Entdeckung auch noch hoch! Krieg Geld dafür! Und bin dann rich bitch! Der macht sein Geld mit Entdeckung, ich mach mein Geld mit Gold! Ist doch ein super Ausgleich! Ne, nicht wirklich! Äh... Wo ist das Fragezeichen jetzt hin? Da oben, ne? Ja! Au! Au! Was zum... Ich wurde von Luft verprügelt! Hilfe! Nicht mal die Luft mag dich! Ne! Ich werd grad von Luft verhauen! Das ist nicht nett! Ich ruf gleich die Mama der Luft an! Hast du ihre Nummer? Oder soll ich sie dir geben? Bestimmt hab ich die! Bestimmt! Was bist du denn? Haiaaa! Rakierten Antrieb! Komm! Hoch da! Hoch da! Diese ständige Überhitzung der Waffe! Vom Bergbaustrahl, ne? Ja, ich hab mir jetzt schon ne neue Waffe geholt, aber es dauert er trotzdem immer noch genauso lang! Hm, läuft! Wie gesagt, ich hab... Die Waffe jetzt einfach genommen! Ja, du scheinst Glück mit deinem Planeten zu haben! Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn hier alle paar Nase lang irgendwo Gold rumliegt! Ja, ich hab noch gar keins gefunden! Ich hab bisher nur Aluminium gefunden! Okay, ich... Ich für meinen Teil weiß halt auch nicht, wo das zu finden ist! Du hingegen schon! Naja, was Gold und sowas angeht, da musst du schon ein bisschen Glück haben und auf dem richtigen Planeten landen! Nee, du... Auf Wannchen suchst du je, aber auf die manchen hast du's halt direkt! Nee, du weißt das auswendig! Hab ich dir ja gerade gesagt! Du hast doch schon alle Trilliarden Planeten hier erkundet! Und kennst die eh nun auswendig! Ah, hoch da! Komm! Nicht schwächeln hier! Was ist das? Achso! Schon wieder ein Tal! Kein Analysierer installiert! Ah, was brauch ich denn für den? Eisen! Okay, okay! Eisen ist um die Ecke! Headback aufgebraucht! Was Eisen ist? Merkel? Um die Ecke! Sag das doch! Oh, hab ich das Licht jetzt ausgemacht? Hoppala! Entschuldigung! Wollte ich nicht! Das wollte ich nicht tun! Es tut mir leid! Äh, äh, hey Tal! Okay... Oh, was ist das für'n Ding? Oh, was ist das? Was ist das? Ach, Anzug-Upgrade! Was macht das? Muss ich das kaufen? Oder krieg ich das einfach so? Ach, annehmen! Ja, bitte! So, weil so'n Teil hätte ich dann doch schon mal ganz gerne! Kann ich mir da noch eins holen? Nee, ich will noch mehr! Gib mir mehr! Naja! So, dann guck ich jetzt mal... Tafel... Kein... Kein verkackten Plan, was zum Fick das sein soll! Ach, warte, da steht's doch! Trümmer! Nee, ich will keine Trümmer! Bruder, will ich Trümmer? Es gab wirklich Trümmer? Will ich das? Ja! Oh, ich hab das Wort für selten gelernt! Endlich! Hab ich auch mal! Endlich kannst du reden! Ja, hey! Endlich! Auch wenn's mir lieber wär, wenn du einfach mal die Schnauze halten würdest! Ich bin halt so nett, ne? Ich weiß! Ist ja auch kein Wunder, das hat ja auch ewig gedauert, dass ich meine Audio-Einstellung eh nicht mehr richtig hatte! Oh, ja! Zumindest so, dass man sie akzeptieren kann! Was ist das da? Absprungkapsel! Ach, das ist einfach nur, ach, das ist einfach nur der Speicherpunkt! Ich dachte, jetzt hätte ich etwas voll Spannend Interessantes gefunden! Äh, was brauch ich nochmal? Zinktitan oder Schildsplitter? Ja! Seid ihr das? Ne, du bist Platin, oder? Welche Farbe haben die Dinger? Im Scanner? Ach, das weiß ich selber nicht mehr! Du bist mir vielleicht ein Vollprofi! Und du nennst dich bester No Man's Sky Spieler on the World, oder was? Hab ich nie gesagt! Doch, klar! Damit prallst du doch hier die ganze Zeit! Ich hab das Wort für Warnung gelernt! Das ist toll! Das ist wichtig! Oh, auf jeden Fall! Oh, ich hab Zink gefunden! Ah, ja, okay, ist einfach ein Oxid! Okay, ja, er gibt's Sinn! Technologie aufgeladen! Oh, wo ist Zink, Alter? Wie weit ist das weg? Ach, da hinten ist noch ein Fragezeichen! Ach, ich muss da hin! Oh, Mano! Ich hab das Wort für Korax gewählt! Oh, wo ist Zink? Inventarabend! Oh, Zink! Hilfe! Reicht dir mal in den Stall! Hilfe! Ha! Nein! Ja, 7500 Uhr zurückgelegt, ist okay! Geh weg! Geh weg! Oh, danke! Warum finde ich hier so viele Fragezeichen? Ich glaube, ich heb hier wirklich erst ab, wenn ich den ganzen Planeten erkundet habe! Jetzt ist... Das meine ich ja schon die ganze Zeit! Aber ich will das nicht! Aber ich muss! Sie haben Schatz! Stabilisiert sich! Oh, ich glaube dahinten ist nochmal... Ist dahinten nochmal Zink, oder? Ja, da ist Zink! Alter, was ist das hier für ein Planet? Das ist schon wieder Gold! Inventar voll! Wie Inventar voll? Achso! Um... Ähm... Okay! Ich übertrage einfach ein paar Dinge! Nein! Na gut von mir aus! So, jetzt den Gefahrenschutz nochmal ein bisschen aufladen! Einfach weil ich es kann! Also... Bei mir läuft es auch gerade recht flüssig! Wahrscheinlich haben die bei Steam alle so ein Bambus-PC! Das wird es sein! Naja, und das ist eine andere Erklärung für die schlechte Rückfuß gerade! Oder sie haben nicht mal ins Spiel reingeguckt und dachten sich... Oh, es ist ja nicht draußen! Fangen wir einfach mal random an zu flämen! Oh, ich habe Kupfer gefunden! Ist Kupfer gut? Brauch man Kupfer! Zum Verkaufen! Zum Verkaufen und zum Abquälen! Okay, dann nehme ich es mit! So, ja! Aber erstmal verkaufen! Naja, dann... Dann nehme ich es mit! Ja, ich wollte ja nur wissen, ob ich es mitnehmen sollte! Äh, also ich kann dir sagen... Äh... Alles was irgendwie Wert hat, dann kann man verkaufen! Also alles Neutrales! So gesehen! Alles Erze, alles was Wert hat! Halt eben das, was du für die Upgrades brauchst, die du machen willst, muss ja natürlich bald! Was ne! Ich mach die Upgrades und verkauf dann die Upgrades! Hahaha! Auf jeden Fall! Schiffe sind hier total teuer! Also... Ja... Wir müssen ja schon mehrere Milie für ein gutes Schiff entlegen! Ja... Ich weiß, du hast mich ja schon gespoilert! Das war auch... Ja, ich weiß! Hättest du hier rausgekommen! Ja, aber jetzt gar nicht mehr raus bin, weil ich es jetzt schon weiß! Ich hab dich vorgebracht seit kurzem! Ich hab dich gespoilert, seit kurzem! Ich hab dich gespoilert, hast du mich! Ich hab dich vorgebracht! Ich hab dich vorgebracht! Geht kein scheiß! Gespoilert hast du mich? Okay, ich hab auch mal das Kopf abzubauen! Ich erkunde jetzt noch dieses Fragezeichen und dann... Dann gehe ich! Ich bin noch ein Fragezeichen! Danke ich nicht! Achso, und man erreicht in dem Spiel irgendwie gar nichts! Als ich das Spiel das erste Mal gespielt hab, war es dann 5 Uhr, als ich... Ausgemacht hatte und hab mich gefragt, was ich denn erreicht hätte! Oder erreicht habe! Das war eigentlich... Nichts! Ja! Oh, da unten klingt ne Technologie, die muss ich haben! Ah! Okay, das Gold hier ist abgegrast... Also hier wäre ein Vorsicht-Stufe-Schild echt nett! Wo ist denn jetzt... Wo ist zum Tanker das mit Raumschiff da oben? Willst du jetzt schon abfliegen oder was? Nee, ich will nur schauen, dass ich mich nicht zu weit weg bewege! Äh... Ach, du meinst das, was mir passiert ist wahrscheinlich? Au! Das war ein Ruckler! Äh... Irgendwo hinlaufen... Dauert Ewigkeiten hier! Oh! Strahlaufprall plus 4! Was zum Gammel ist Omegon! Wirbelwürfel! Bitte was! Was für Dinge! Ich... Ich bin neu! B... B... Was? Was hast du gefunden? Strahlenaufprall plus 4! Also... Da brauche ich aber... Ja... Das brauchst du... Musst du nicht wirklich wissen, was das ist. Teilweise weiß ich das nicht mal selber. Das wird später wichtig, wenn du dann mal deine Raumschiffe wirklich upgraden willst oder deine Waffen. Ah... Allerdings brauchst du da eine Waffe mit viel Plätzen, damit du auch wirklich was upgraden kannst. Oder ein Raumschiff mit viel Plätzen, je nachdem. Hm... Ich hoffe ja, dass man wirklich irgendwann Basen bauen kann. Und hat... Dann hole ich mir einfach ein Frachtschiff, ein Kampfschiff und ein... Rumpfliegschiff. Also weiß ich genau wie mit Autos. Weißt du? Ein Arbeitsauto, ein Spaßauto und ein Familienauto. Genau so! Nur Raum... Nur Raumschiffe halt. Anstatt Autos. Ich bin ein Kletterino! Ich bin ein Kletterino! Ja mit dem Jetpack klettern mach ich doch! Hui! Oh, Tami um 9! Oh, schöne Aussicht! Ich würde jetzt so gerne einen Screenshot davon machen! Du hast es auf Aufnahme! Wahr geht es dich! Ich habe es auf Aufnahme beenden! Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ja du, ich bin aber nicht du! Ich bin Profi! F12! Oh, F12! Was macht das? Kann der Knopf was? Kann der Knopf was? Ist das... Ist das... Meinenschaft und... Alt CPU rausreiß! Hoppala! Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Wärmeschutz! Oh, Underfors! Ist ja gut mit deinem Wärmeschutz! Geh wo anders hin! mein gott als würde ich diese riesigen balken da links unten nicht sehen weißt du sie so als würden die dir fast ins gesicht springen der wohnt denn hier ist alles durcheinander mein gott der wusste doch dass ich zu besuch kommen räumt der typ nicht mal auf was habe ich denn hier multi werkzeug technologie strahlen fokus plus 1 ok ich gehe dann wieder schluss auch wohl was eigentlich der unterschied zwischen intensiviere und fokus meinst jetzt in deinem multi werkzeug das genau ok ich habe es länger und anweisen und iridium das können wir doch zu schicken oder du kannst das nur ins raumschiff nicht zurück ach ne stimmt mein raumschiff ist zu weit weg naja schade muss man vor dem raumschiff stehen damit das funktioniert naja dann zahmle ich irgendwo wenn ich finde eisen und irgendwo noch ein bisschen iridium dann geht das schon oh hier ist noch eine technologie die ich fast übersehen neue technologie fasenkühlmittel nice und die folge ist vorbei was schon wieder ja jetzt mich doch verarschen ist nein 30 minuten 20 haben wir jetzt ich sag doch man kriegt in dem spiel nix hin aber auch gar nicht das haben wir schon eine stunde gespielt haben wir reich wir sind immer auf unserem eigenen heimatland weggekommen man ja das kommt hin naja also bis zur nächsten folge